Okay, ein Freund von mir ist gerade geläftet. Wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. In der Wildnis von Fortnite. Dieses Gesicht. Okay, wir gehen weiter. In der Wildnis von Fortnite sind wir jetzt alleine gestellt und wir müssen hier alles selber machen. Ich habe gerade diesen Skin hier freigeschaltet, habe auch vor kurzem eine Folge hochgeladen. Oder eher gesagt einen kurzen Short. Wo ich auf dem, wo der Titel lautet, wenn man einmal kein Fortnite spielt und einmal ist ein Caps Lock. Also schaut euch das an, dann wisst ihr, was ich meine und wieso einmal, meine ich, ein Caps Lock ist. Jo, 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 wir können doch über alles reden. Wo gehst du hin? Was machst du? Was machst du da? Komm, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Der wird jetzt seinen Freund reviven, aber das ist mir komplett egal, weil ich bin komplett low. Ey, Junge, bitte. Es leckt. Danke, Spiel. Oh, danke für diese magischen Rift to Ghost. Die haben mir so mein Leben gerettet gerade. Kronen, zwei Kronen. Nur noch ich und der. Nur noch ich und der. Junge, es tut mir leid, Brudi. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Junge. Alter, ich habe, ja. Ihr wisst ihr, ich habe jetzt Corona, aber... Ja, leider habe ich nicht die anderen zwei Kronen genommen. Aber ja, wenigstens habe ich ihn bekommen. Bis zur nächsten Folge und ciao.